Eine Welt der Franken wiegen Welten der Gewalten Eine Welt der Franken, dafür sollte man dem Herrn danken. Dimensionen nie entdeckt, bevor man fast die Welt hat weggefegt. Stehen die Franken auf ihrem Grunde, drehen sich die Räder der Welt gesunder. Universum wird auch rot-weiß kommuniziert, denn der Urgrund hat diese Welt eruiert. Eine Welt der Franken wiegen Welten der Gewalten. Von Beringstraßen bis zu den Polen wird Fränkisch im Ufo noch befohlen. Vom Klub, dem Gebirge der heutigen Zeit, ist man wie von Trübsal befreit. Dem Gesang und dem frankischen Wesen sollen Dimensionen und Welten genesen. Weltmeister im Erfinden, auch das erste Auto war ein Franke, was Porsche bis heute aus machte. Ludwig Erhard gab der Welt die soziale Marktwirtschaft. Adidas und Puma, dem Sport der Zwei, ein Schuh bis heute läuft erste Plätze ein. Max Grundig führte gut jahrelang die ersten Radios in Europa ein. Andreas Flocken erfand das Elektroauto wie Heinz Gärhäuser das MP3-Format. Lorenz Krab macht uns als Bayern dann die Präambel vor der Verfassung. Wiener Würstchen bis Antibiotikum. Astronautik bis Straßenbeleuchtung. Von Schienz bis zum Ersten Reichspatent ist Franke, was der Erfinder sich nennt. Vom ersten Computer-Sus in Nürnberg bis zum Adler den Zug der Welten befährt. Ist was hat der Franke auch eine der größten Franken. Für das Heil der Welt, unendlich sie sich wohl weiter dreht, ist was Franken hat der Urgrund, das wiegt der Welten gesund. Eine Welt der Franken wiegen Welten der Gewalten. Eine Welt der Franken, dafür sollte man dem Herrn danken. Dimensionen nie entdeckt, bevor man die Fass hat weggefegt. Welt der Franken Ein Erger 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 Jahr WATCH Peter Skol McGon Lieber exclude